Hey, wenn dir alles zu viel wird, du ausbrechen willst, weg vom Alltag, dann mach es, geh raus, erlebe was Neues. Fühle die Freiheit, die Natur, das Leben mit Leuten wie dir, Gleichgesinnten, gemeinsam. Fühle das Wir. Mach es, um es kennenzulernen, um etwas zu bewirken, zu verändern. Mach es, um zu merken, dass es gut ist, dass auch du dazugehörst. Du bist nie zu alt dafür. Nein. Und auch nicht zu jung. Erlebe was Neues. Hab Spaß. Hab Lust. Tu es. Spüre es. Fühle es. Liebe es. Liebe es. Es ist deine Zeit. Sei dabei. Sei Pfadfinder. Sei DPSG. Sie DPSG.